Ein Punkt in Schwerzahn. Hier können wir die beiden noch höher machen. Die Waffen können wir nicht höher machen. Also noch ein Punkt in Mut bei dir. Bögen können wir nicht höher. Also Zauber. Ein Punkt, zwei Punkte in Armbrust bei dir. Hier ist nichts, was wir höher machen müssten. Mut in Konstitution vielleicht. Astralenergie, nicht Lebensenergie. Ich will die Astralenergie. Mut, Intuition und Charisma. Also ein Punkt in Mut. So. Aber das hier sieht sehr interessant aus. Was sagt denn die Quest? Also durch die Feuerfälle. Ich habe das Versteck des Atamantenherzens hinter den Feuerfällen entdeckt. Das Atamantenherz ist in Wirklichkeit der Verfunkler eines riesigen Drachen. Aber die Tragenkultistin Malkora hat ihn gestorben. Nein, hat sie noch nicht. Spoiler! Nimm das Atamantenherz in Besitz. Egal welche Hände es zu hinterwinden gilt, das Herz ist nicht mehr weit. Oh, ach ja, und die, ach nee, das mit der Brükkaden bin ja schon gelesen. Kolmenkonsole? Kolmensohle und ein Tor, das nicht zu öffnen ist. Also das Tor scheint versiegelt zu sein. Okay, das heißt, wir müssen irgendwie nach oben kommen. Zu diesen Kolmen-Dingern. Ach, da hinten ist eine Treppe nach oben. Okay. Bis Völk aus der Oberwelt bekommen, um in das guldene Herz Korumbras zu stehlen. Ich trenne euren Leib von eurer Seele, wie bei allen vor euch jemanden Stein wollten. Geht dir rum verraten. Der König von Korumbra, tötet ihn, der in sein Reich einträgt. Okay, der ist schlecht gelaunt. Aber ja, den Grollen-Kristall, also sagen wir so, wir haben zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, wir stören den Grollen-Kristall. Das gibt dann zwar weniger Erfahrungspunkte, aber soweit ich weiß, hängt da eine Quest mit dran. So, die Kolme hier sind immer noch nicht wirklich stärker geworden. Die letzte Sile-Kristall hier. Weil wenn wir den Grollen-Kristall schnell zerstören, dann kriegen wir Kristallsplitter aus ihm raus. Au. Okay, er bewirft uns mit Feuerbällen, dann haut er wieder ab. So, da drüben ist der nächste Grollen-Kristall. Au. Okay, das ist nicht so schön gewesen jetzt. Muss ich dringend heilen erstmal? So, sie sind geheilt. Gut. Ach, hier, hier war was mit der Kotzzone. Ah. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht schon verbockt. Doch, ich glaube, ich habe es schon verbockt. Wo war mein letzter Autosave? Im Thronensaal. Ach, Mist. Also ja, normalerweise, wenn ich... Wenn ich alle Schalter umlege, ohne eine Falle auszulösen... Dann müsste hier auch noch was passieren. Aber das habe ich gar nicht mehr jetzt gedacht. Egal. Egal. Okay, da sind viele Kölme. Das war, glaube ich, auch nicht ganz richtig. Äh... Ach so, es reicht nur den obersten. Also, ich wollte das. Wir müssen mal gucken. Also ja, bei den Gräumengeister muss ich mich fast nicht anstrengen. Ah ja, gefühlt tauchen hier immer wieder welche auf, durch den Gräumenkristall selber. Okay, das ist jetzt ein schöner Bug. Eigentlich bei den ganzen Gräumengeistern. Hier sollte ich auf Nahkampf schalten. So, schaut mal Windmühle an. So, wie viele sind da jetzt? Auch vier Kristallsplitter drin. Dann mal los. Für Achtung. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass ich es richtig mache. Ich glaube, es zählen nur die letzten, die direkt um die Kristall beschworen werden. Oh Gott, die willigen einen jetzt sogar schon mit Plurumbarum. Okay, benutzen wir doch ein paar Fähigkeiten. Okay, jetzt bin ich doch wieder gestorben. Das gibt es doch echt nicht. Ah, was ich? Oh Gott. Ah. Okay. Was ist das? Wisst ihr was? Ich lade hier nochmal den Quicksave. So. Und wir speichern an der Stelle mal. Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Weil das wird mir jetzt gerade wieder zu anstrengend. Also, bis gleich.